Konnichiwa! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute gibt es wieder jeden Freitag japanische Werbung und ich würd sagen, wir quatschen noch ein Stückchen, denn ich hab noch ein bisschen Zeit. Nein, meine Spaß, wir stand sofort, also würd ich sagen, 3, 2, 1, let's go! Ha! Das schreit eigentlich immer so rum. Ich muss aber die Leute ein bisschen animieren. Wie ein tanzender Bär, wie ein tanzender Bär. Ich hab jetzt Bock, das zu trinken, ich weiß nicht, was das ist, aber ich hab grad voll Durst, ich schwör. Oh, Nudeln! Äh, ja? Oh, lecker! Alter, hör auf! Ja? Alles, was du willst. Oh, ich fühl das jetzt. Warum geht's jetzt um Getränke? Toller Freund, ha, 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 ha. Ist das eigentlich Kaffee? Aber das sieht auch gut aus, für mich, oder? Wie so ein Yakuza. Ey, da ist jetzt Bokasokas-Reike, was ist denn los? Hab ich einmal Durst? Wie heißt das eigentlich, wenn man nicht mehr Durst sich hier sitzt, glaub ich, ne? Man ist sitzt dann, statt satt. Die Coca-Cola-Werbung ist trotzdem zu hip wie hier, oder? Coca-Cola doch! Oh, Sissi Melon! Die kennen wir doch vom letzten Mal. Oh ja, geht ins kalte Baden. Aber ist das schon wieder ein Getränk? Was ist denn heute los? Und wieder ein Getränk? Jaaa! Ich finde es sei kein Getränk, zumindest. Ja, ja, ja! Ich hab noch keine Ahnung, gehts um Nüsse? Alter, die Muskeln! Wie cool, wie cool! Okay, kein Getränk, das ist schon mal was Gutes. Danke euch! Woh! 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 know what a Coca Brother Smells. Woh! Woh! Nao reinstecken beim Tokio Lifestyle. Der war mal einkaufen. Da hat man das auch wirklich gut gesehen. Oh lecker! Das sind doch so kleine Würstchen! Wir werden bei den Japan irgendwie mal unten aufgeschnitten, dass die wie so kleine Tinnenfischer ausschauen. Ey, wer das Lied... Pocky! Ey, wer das Lied rausfindet mit Shazam oder sowas, bitte unten reinschreiben, ich will das unbedingt haben. Das Lied klingt geil. Gib mir LTE mit ZTE. Bestes Internet, lass uns saufen! Cooles Internet, hier mit Pocket WiFi, das hatte ich auch. Square Enix, oh jetzt. Kawaii! Ja, nicht so. Haha, wie cool! Was ist das? Warum verreicht das nicht hier spielen? Ich will das hier auch spielen! Ah! Oh, gar nicht was so dumm, oder? Also fand ich jetzt gar nicht so dumm. Oh, lecker! Eis! Oh, Lime! Ja, das ist WhatsApp, ne? WhatsApp des Japans. Oh, mit ganz vielen Spielen! Mit ganz vielen Spielen! Oh, wenn man immer... Oh, wenn man immer... Oh, Biku! Ja, ich... Ich hab immer immer so gemacht, ne? Du 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 du. Du 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 du. Oh Gott, I love Japan. Man! Was ist das? Was ist das? Ich bin alleine. Gott, wie geil ist die Werbung? Wie geil ist die Werbung, meine? Oh Gott, wie schön ist das? Oh Gott, wie schön. Ich liebe dieses Land so sehr. Ich liebe es so verdammt. Wisst ihr was? Ich schreibe jetzt unten einfach mal die Spendenadresse von dem Tibi hier unten rein. Vielleicht guckt ja irgendein Millionär von euch zu und will mir vielleicht nochmal eine Reise nach Japan spendieren. Dann tue ich das einfach mal unten in die Kommentare, in die Infobox rein. Ne, aber, oh Gott, das sind wieder so schöne Werbungen, die sind so gut. Und ich habe jetzt mega Durst, muss jetzt unbedingt was trinken. La Vitacola! Nein, das ist kein Wordplacement, Mann. Jetzt fühle ich mich besser. So, also dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder nächste Woche, beziehungsweise beim nächsten Video. Und, äh, was fandet ihr am besten von den Werberinnen? Schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, Sayonara! Ciao! 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 Ciao!